Herzliche Gratulation den Gewinnern. Meine Damen und Herren, ich darf Sie noch einmal um einen großen Applaus für die Allrounder aus den Bundesländern bitten. Dieser Preis ist ein gemeinsamer Preis, an dem ganz, ganz viele mitgearbeitet haben. Und er bedeutet für uns einen Auftrag. Wir hoffen, dass wir das Vertrauen auch wirklich verdienen und wir alles dazu tun können, um auch nächstes Jahr wieder Steuerberater des Jahres zu werden. Danke.